hallo und herzlich willkommen ich bin natürlich auf die jahr nach den ticket und heute habe ich das spiel shop titan ich werde das spiel mal starten und voll mit rein saut ist an okay voll mit rein müde immer diese frühe schicht ok da ist noch einer gut oder dann gehen wir dann wird gleich ja richtig interessant erst mal vielleicht gewinnen und wir haben gewonnen das war es kein extra dreh briefkasten bamba ok weg das spiel musste ich runterladen gut 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 füttern kostenlos bitteschön lona ok jetzt geht es los hier blau dann zuschlag verkaufen 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 Hab ich davon welche? Ich glaub... Nein, das sind andere. Aufstockend. Naja, hab ich. Schönen Lach. Schönen Lach. Oh, was brauche ich? Den brauche ich. Oh, schwer schaffe ich nicht. Aber bitte. Und einfach probieren. Mhm. Schnell in die Ladung gucken, was ich eigentlich brauche dafür. Was brauche ich dafür? Ja. 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 Oh, ich brauche 36.000. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Gleich geht es los, die ersten vier Bögen sind fertig. Oh, ein Rezept für neuen Baum. Oh, ich brauche diesen Baum. Oh, ich brauche diesen Baum. Das war das, ok. Ah, da bin ich schon einer dem Bogen. Das war das, ok. Dann mache ich danach erstmal die Robbe fertig. Ich verwehe hier die nahe. Drei Stück habe ich. Drei Stück habe ich. Drei Stück habe ich. Oh, das dauert jetzt so. Gut. Dann muss ich mal kurz hier reingehen und gucken. Was habe ich am wenigsten? Diese. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Einen neuen Helden rekrutieren. Geht das denn schon? Warte mal. Ich habe Magier, Magier, Krieger, Krieger, Assassin. Ich brauche noch einen Assassin. Wir haben einen Dieb-Assassin. Und wir wollen jetzt einen Führer, Dieb, Mönch, Musketier, einen Wanderer machen. Oh, geht nicht. Fast. Für noch 30.000. Dann habe ich Platz für den Xen-Wanderer. Gut. Laden. Wie viel? Das erste Stück habe ich. Verkaufen. Super. Und. Die Robbe ist auffällig. jetzt muss ich mal gucken was ich mache ich brauche lederholz hier ist lederholz stein was noch und ein lassen wir frei aufstocken, fertigen ein geschenk für mich der könig der könig Was wollen Sie, Herr König? Wenn mein Schwein voll ist, dann habe ich fertig. Oh. Oh. Oh, da könnte ich ja immer hier Getränke nehmen Mein Schwein ist voll Das heißt, ich habe fertig Der ist voll, jawohl Und Holz 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 So will ich nichts finden Na, da, nimm mal einen Knüppel aus dem Sack Oh, das ist so, ich habe einen Winger auf Oh, das ist so, ich habe einen Winger auf Da wir gehen Oh, das ist so, ich habe jeden Tag Oh, das ist eben Oh, das ist sehr gut Oh, ich bin nicht so, ich habe einen Winger Da проверster Oh, das ist eben Oh, ich bin nicht so gut Ich habe hier Oh, das ist eben Oh, ich bin nicht mehr und wie der nächste voll und ganz voll Na gut, das Schwein haben wir ja schon voll, Sparschwein. Sparschwein. Puh, das ist aber teuer. Puh, das geht eigentlich. Also ich kann hier jetzt schon die Sachen kaufen. 85 Stück habe ich gefertigt, okay, für den gewöhnlichen. Okay, dann machen wir nochmal die Kunde hier fertig und dann einmal kurz die Produktion starten lassen. Mit diesen drei, dann gehe ich einmal hier drauf, Sammelbuch auf Spende. Warte, wie ging das? Nach rechts drücken, ne? Okay. Wollte ich mir gerade nochmal anschauen. Dann komme ich direkt zu dem Bogen hin und, ja, könnte es dann von dort aus fertigen. Gut, dann möchte ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Schnell rausziehen erstmal. Es kommen ja immer mehr Leute, es nimmt kein Ende. So, Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, dass ihr euch dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.